ganz alleine Der hat mich einfach deleted gerade Wo waren wir denn verdammt noch mal? Ah, ich hab noch nicht mal die scheiß Karte glaube ich Kann man nicht aufrufen, oder? Ne Tja Dann, äh Ja Dann, okay Dann baue ich mir eben meine eigene Bude Ich will wieso nicht mit denen spielen? Aber Dex Ich mochte die alle nie Ich baue mir jetzt hier so ne Foundation hin und so Bring das auch Kühlos in die Luft Huuu hu 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 Hier muss läuft doch hier So Ich baue mir jetzt hier meine eigene Tetch Bude hin Hm Ja Weißt du was, Leute, ich mach was anderes So, das... das lasse ich nicht mit mir nicht mit mir dings in im einklang und so ne ihr wisst ja ich komme zu euch ich will aber ich will euch doch nur fressen das geht nicht die person tut mir leid da ist die person nein nicht so wieder ist wieder runter sie hat mir mein giga geklaut kann man irgendwas irgendwas dagegen machen dass man gepackt wird es sein habe ich heute aber da nichts anders an가요 noch exaktiven gepauss und so ich brauchst Part 2 das ist wieder langweilig sind recks die dagegen machen nix nix alles in ordnung entferne ich mal von mir das wird bitte guttun wir machen mal ein level ein vernünftiges level so nein habe ich nichts mehr zu tun ganz ehrlich wo er ist voll in rage guck dir mal die augen an leute fress die alle auf nein hast du mich schon wieder wo ist er hin du penner das gibt's doch gar nicht ich bin bei mir in der base kann ich gar nicht machen ich bin viel zu zurück kämpft kämpft meine kinder kämpft kämpft warum kämpfen die nicht greift doch an hier sind die da was macht ihr hier komm rüber ja komm her zu mir komm zu mir komm zu mir komm zu mir hat mich gefressen du sollst nicht mich fressen du sollst die fressen das gibt's gar nicht ey hoffentlich greifen die jetzt an hat mich gefressen dein kind hat dich gefressen bin ich hier irgendwo schon wieder juhu war der ragen dragon 877 hat er doch so und port mich mal ganz kurz wieder zu dir sie sind so gut wie toten er ist ja bewusst wer die gigas nein wie wo gegen wem denn ja die ganze zeit an töte sie sie hat er mich gefressen diese blöde schweinehund greift er ist doch einfach warum greift er nicht die base an du sollst die base fressen du blödes fiel ja weil das habe ich jetzt mal ganz gut sie tot sie tot der das tat mir war ich gerade leise das war ich gut halt wie brutal deshalb tut am ausflippen wer liegt denn jetzt hier bei portfalt das ist ja was sie bei ist fress die bei ist die ist da ist ich bin doch unsichtbar machen nein ich will nicht immer sterben und gibt es irgendwie ein safe was war es gibt es ums und freund hier in der Nähe Bekomme ich einen Titano? Nein. Wie ist denn eigentlich der Spawnpon? Wo komme ich denn eigentlich mal am schnellsten hier zu euch rüber? Keine Ahnung. Weiß ich ja nicht. Das muss doch irgendwie ein bisschen spawnen. Ich müsste auch ziemlich in der Nähe hier sein, oder? Wer ist ein Raptor? Keine Ahnung. Wollen wir es mal. Heute nur Dummheiten. Echt, Leute. Echt. Wann machen wir was anderes? Ehrlich. Aber wir sind gleich am Ende. Ich will noch ganz kurz meine ganzen Frenzy umbringen. Oh, hier ist ein Titano. Der ist die ganze Zeit schon da. Aber der ist doch wild, oder? Ja, ja. Komm mit. Wo kommt der nicht mit? Wo ist die Base? Hier müsste doch irgendwo unsere Base sein. Na, da hinten. Der ist gar nicht so weit weg vom Spawnpoint. Ist der Geek eigentlich immer noch im Leben? Zu deiner Frage. Nein, der lebt nicht mehr. Da lebt jetzt ein Titan. Hahaha. Ich mach die... Mann, ich wollte gerade dazuhauen, Mensch. Oh Mann, immer diese Admins. Ja. Aber ich wollte ganz ehrlich, ich wollte auch noch die Base eigentlich sprengen. Schade, dass ich das nicht machen konnte. Hat der Geek eigentlich irgendwas hinbekommen? Nein. Nein. Ja, der hat ein paar mal drauf gebissen. Aber... Wem hab ich eigentlich das killen können? Guck mal, die sind alle irgendwie so in Aufruhr. Nur einen. Das war aber der Gigantopithecus, ne? Und das war das. Oh, ich glaub auch noch einmal der... Noch ein Tri-Block rein. Ach ja, stimmt. Hätte ich auch machen können. Ibot, Dex... Ibot, Dex, Tim. Tim wurde vom Giga gefressen. Du wurdest vom Giga gefressen. Ibot vom Giga, Dupithecus und Terrorbird. Und du vom Giga. Okay, Leute, ich bin wieder lieb. Ich lass euch wieder in Ruhe. Ich hab die Greifen gerettet. Mir war's egal. Ich lass euch ganz ehrlich wieder in Ruhe. Guck mal, das ist ein Titan. Ich lass euch in Ruhe. Guck mal, das ist ein Titan. Wenn ich den da nah hole, das merken die gar nicht. Du musst denn zu uns ziehen. Na dann, Dex, entfinde die Stats und dann hau drauf. Mal sehen, wie lange du überlebst. Mit der Faust. Nein, hey, wo willst denn du hin? Komm wieder zurück, du blödes Vieh. Alter, der Titan will noch nicht mal kämpfen. Kämpf jetzt. Aber was ich mache? Ich setz mich mal oben auf dem Drauf. Nein! Ich bin abgestimmt. Eieieiei, das ist totale Chaos. Weißt du was? Das machen wir mal. Wir treffen uns noch mal ganz kurz alle beim, ähm... Wir sind eigentlich alle zusammen noch. Ähm, alle zusammen. Wir machen uns mal ganz kurz alle, äh... Ich glaub, Tech-Kanonen sind zu stark, ne? Und nein. Sag mal, bist du wirklich jetzt die ganze Zeit am Baum? Was baust du hier? Ich baue mal so ein paar Waffen. Und dann kämpfen wir ganz kurz noch gegen den Titan. Was kann man denn, äh, äh, Knüppel reichen das auch? Ne, Knüppel sind, glaub ich, noch zu schwach. Ähm, ähm... Pompombo! Ja, genau das mal mit dem Kompom-Bonbon. Kompom-Pom-Bon. Kompass. Da ist er. Kompom-Pombo. Und dann machen wir die Quality, machen wir ein bisschen höher. Nimm ein paar mit, okay? So, komm mal zu mir. Mia. Der hinter dir. Okay. Ähm... Wie heißen die Arrows von den Dingens? Metall. Metal Arrow. Metal Arrow, okay. Perfekt. Dann kommt mal alle zu mir. Müsste es eigentlich alles... Müsste eigentlich alles da sein. So, ich stehe jetzt ziemlich nah. So, oh, guck mal hier. Die besten Teile. So, guck mal hier, guck mal. Ich trock mal alles. So, jetzt droppe ich mal ein paar... Ich muss mal ein paar Pfeile nochmal, ähm... Ja, äh, Dingchen. Du hast auch schon Pfeile getroffen, ne? Ja, die sind da mittendrin. Aber komm, ich mach gleich noch hier, warte. Äh, irgendwie ist das nicht geklappt. Relax, äh, 1, 2, 3, 1, 3, 2, hallialloh. Ähm... Nicht wundern, Leute. Heute ist nur Dummheit angesagt. Heute machen wir nur Blödeheiten hier. Heute wird nur blöd gecheatet, also. Ja, Pfeile reicht mir hin. Ich mach ja noch Pfeile. Ich mach ja noch Pfeile. Sekunde. Jetzt hab ich das grad im Chat, weil jemand grad den Chat geöffnet hat. Nein! So. Müsste ich eigentlich Pfeile haben, oder? Jetzt hab ich ein paar 300 Pfeile. Sekunde. Wie, wie kann man denn noch mehr Pfeile-Zeugs machen? Teilt sie euch mal auf hier, Leute. Kann man das nicht mehr auf einmal, Stone? Anstatt 100? Mh, musst du eingeben in den Chat einfach. Kannst du doch einfach mehr eingeben. Ja. Wenn jemand den Chat immer öffnet, das ist doof. Ich kann grad nicht schreiben. Wie kann man das denn sonst machen? Ach so, du meinst, ähm... Ach so, das kann sein. Wobei so viele Cheats heute eingegeben worden sind. Der Titan ist weg. Nee, tot? Ich hab Korn getötet. Also egal, dann machen wir neun. Fünf Uhr. Wir wollten auch Dexen. Ist egal, wir können ja noch einen neun spawnen. Dann machen wir das als Abschluss, okay? Wow, der... Bobby kennt sich total blutig aus. Oh Gott, das ist heute der Cheat hier. So. So, ich spawne mal ein paar Pfeile. Also mal, alle mal aufsammeln, bitte. So, das reicht mir. Also ich glaub mal, 500 Pfeile werden wir heute nicht schießen auf den, ne? Kommt drauf an, welches Level. Das werden wir sehen. Wir spawnen den mal da hinten. Na, guck mal, da ist ein Raptor. Den werd ich jetzt mal wecken nudeln, ne? Ist der wirklich tot? Ja. Ja, das ist weg. Oh Gott, bewegt dich. Doch nicht. Armes Vieh. So. Titano, welches Level soll er denn haben? Kann ich gar nicht einstellen, ne? Doch, kann ich wohl. Ja. Tame. Ähm. Nichts übertrieben, so 200. Ich glaub, es ist zu heftig, ne? 170. Bisschen vielleicht. 150. Ah, nehm 150. Ich muss da reichen. Wir sind ja noch... Kommt, so. Wird aber auch ne Weile dauern, denk ich. Das wird unser letzter Kampf. Und dann ist Schluss. Und dann ist der Stream für heute schlöselösel. Ich find das aber lustig. Ähm, wie soll ich mal jetzt ne Titanomund, äh, eine, ähm... Ja. Rede. Titanboa Level 700. Nee, komm. Ein Titanosaurus. Okay. Ich spawn den mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Geht schon los? Hat schon jemand geschossen? Schieß den mal den Schwanz, äh, in den hinteren natürlich. Ja, 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 ja. Habt ihr jetzt gesehen, wie stark der... Guck mal, mit einem Schuss hab ich jetzt gerade hier den Armen... Ich fühl mich wie bei den Bossen. Ich glaub, der kommt zu mir, oder? Der kommt zu mir. Oh, der kommt zu mir. Der kommt zu mir. Lauf, Dex. Ach, Dex, weißt du. Ja, der hält ganz schön aus, wa? Ja, denke ich mir auch. Oh, der Max ist weg. Gute Nacht, Max, wenn du es noch hören solltest, lesen solltest. So, 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 guten Nächtle. Warum dürfen der weg? Komm doch mal kämpfen hier. Und halt friedlich. Oh, der blutet aber schon, ne? Die Dinger sind echt stark. Wenn du mal belegst, wir haben mit, äh, gegen ein Titano mit zwei, äh, Wirrwarns gekämpft. Und da hat die Akku mal ihren verloren. Weißt du das noch? Ja, Flake. Das ist echt hart. Irgendwie hat Dex sich verbackt. Ich? Ja. Das hat nichts mit mir zu tun gehabt. Die Akku hat den auch selber geflogen. Du hast den verbackt, den Drachen. Ich? Ja. Ja, du. Das bin immer ich schuld. Das muss doch immer ein Schuldigen. Das gibt's ja gar nicht mehr. Ey, weißt du? Mir fällt grad auf, du bist derjenige, der meine Tiere umbringt. Und die Gebäude. Und die Gebäude. Ich muss grad ehrlich sagen, der Kampf war ja immer grad nudelschwach. Also, ich muss grad ehrlich was Neues spawnen. Äh, wir machen mal den... Kannst du ja einen Giger nehmen. Nee. So. Mal gucken, ob wir das schaffen. Also, flieg bitte alle weg. Ich glaub, dass... Wenn ich den jetzt spawnen, kriegen die erstmal einen an die Fresse. Äh, ich warte nochmal zwei Sekunden. Jetzt kommt der Dodo bei, wann? Eins, zwei, drei. Juhu! Ohr, leck. Ich geh da schon weg! Guck dir das an, Alter. Juhu! Das hast laut grad gewusst. Hier hab ich voll schrocken. Bertram, Hallihallo, Matthias, Juhu und... Boah, ist das heftig, ey. Boah, ist das laut! Das ist übrigens der harte, ne? Das ist der Alpha. Der ist nicht tot. Heftig. Ich bin aber... Kräfte. Ist ja laut, ey. Sind die anderen auch so laut? Ja. Oh, krass. Nicht Wasser. Der bütet echt schon, ne? Juhu! Erstmal alles Tech gelernt. Wir haben Tech gelernt. Ey. Das ist geil. Juhu! Das ist geil. Die Mucke find ich voll geil. Oh, den Lamm kann ich aber nicht lesen. Oh, da war noch einer. Die kann man ja nicht abbauen, ne? Oh, Bro, Bro, was? Das war ja auch was. Bro, sonst was. Hallo. Komm, wie ihr den fressen? Guck dir das mal an. Der Arme. Was soll ich denn noch spawnen? Was... Das war ja ein bisschen luschi hier gerade. was gibt es denn noch für große sonst was ich würde mal was anderes noch spawnen als stadt über die ekligen wir machen erst mal die gruppen brotmutter machen wir auch noch kommen wenn wir schon mal dabei sind aber jetzt mache ich mal ein richtiges level hier nicht mehr kinder kacke also so ja die hat ein ei gelegt die hat ein ei gelegt 500 600 oder sowas keine ahnung haben wir noch nicht so gemacht oder die hat doch gerade ein ei gelegt ein steguei habe ich gerade bekommen wo wohl kam der steguei denn her oder steht gerade jemand guck mal da sterben sie wo sie laut er eingespinnt wurde ja beide und die kommt nicht mehr raus schön dass ihr kämpft ich bin mit ihnen infinites leute auf dem boden deswegen ich bin ich bin invisible deswegen sieht er groß mich nicht ich will das ja mit aufnehmen aber die anderen sind ganz normal dabei also die können auch sterben ich bin meine die 500 euro sind aber schon hat ziemlich viel leben jetzt hat man nicht weiß wo er kommt jetzt mal die zahlen an so was auch gestürzt warum das denn muss darüber treiben warum sondern nur ein boss monster alles in ordnung schmettelbäcker war auf der leitung hat geschult hat war schuld was war das denn gerade minutenlanger leg schnell guck das mal angeht man zum sturm jahr auf den staunen spinne und auf die händchen oh gott wir lassen die auf der karte und spielen danach einmal wenn ich mich schon vor die leute hier oben wer ist eigentlich der blaue wer sind mit dem blauen greifen unterwegs der der die ganze getankt hat gerade wollte aber mega viel leben und du wir waren das können wir auch noch nachher machen die misst tot von diesem trocken weiß gar nicht wer hier im chat schreibt man ich war nicht irgendwie ich weiß dabei ist die alte ich mach mal ganz kurz wieder backspace an guckt euch mal an wie viele zahlen das sind was die werden wir heute nicht mehr killen guck mal wieviel leben die noch hat boah ey ist das fucking level hab ich dir gemacht weiß ich gar nicht geh doch anders das ist jetzt ich mach mal die zahlen wieder weg die heißen vom rocket launcher die munition rocket ne koppel pro c ne koppel land nicht ich glaub schon ne die heißt glaub ich so ich hab den ganz komischen namen bewegungen flieg ist offen wir kämpfen gleich weiter kämpfen gleich weiter ich muss noch ganz kurz mehr ja ich bin ein bisschen helfen achtung leute ich ich komme es hier mit ein bisschen wir machen mal immer noch mal richtig bums holi nobi nobi ist da so wie soll ich den chat nicht mehr vorfolge das dauert aber ich schieße ich voll daneben du kannst noch mit auf dem server ist nicht mehr so viel nicht mehr so lange auf dem server wir machen es noch ein paar diese zwei drei bosse fertig und dann war es das doch nicht und muss ja immer alleine nicht alleine nach das blöd wir müssen mal drücken dann das level hat die denn so viel leben ich hab mich gerade selber in die luft gesprengt ich gehe mal wieder dann zum zum angriffsstelle da liegt übrigens mein körper mit mit der record record launch herum ja klar wir steigen jetzt alle ab kalt dankeschön ist doch du hast damit gedacht das muss ich nur ganz kurz wissen wo dieses blöde vieh ist wo ist ich bin da war der bronte oder müsste ich bin hier vorne sein du musst einfach nur nach den zahlen gucken ich habe die zahlen achten ich bin soweit nicht jetzt müsste ich nur wissen wo meine leiche ist dann brauche ich die ganzen sachen nicht mehr boah alter hat die den kaputt gemacht weiß ich mal wo meine leiche ist hier liegt ja irgendwo das ist schön geht da ist ein sack ist das mein sack also der hier ist es nicht das vom einfach kim aber danke für die pfeile boah krass vollbullet gamer also leute heute nur dummheit hier im chat im chat im stream also nicht nicht erschreckend dass wir heute mal bosse auf der karte rum haben so und muss man den kim nochmal porten bitte jo what warum haust du denn da hinten wo ist denn der stone und kommen kämpfen die habe ich glaube ich ein bisschen zu heftig gespawnt die ist echt zu heftig vom level die hat auch wirklich eine geschwindigkeit drauf ich guck mal ob ich den meinen meinen sechschen finde weiß nicht wo ich bin weiß nicht wo ich bin hier hier wo ich bin ja ich komme ich will gerade nur den die kleinen spinnen vom hals hier 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 links hier links hier links hier das säckchen hier auf mich zu laufen ja super da steht ich brauche nur den rocket launcher hier und das standard hier und das standard hier so ist alles in ordnung leute ich habe hier die panzer frau es kann alles wieder besser werden kann nur besser werden Nein, komm mal her. Weicht die auch noch aus jetzt. Ich glaube, die Rocket Launcher ist gar nicht so stark im Gegensatz zum... Wer ist denn das? Du hast den halt mit dem Standard-Kumpelbogen. Nee, ich habe den Maximum-Rohls. Aber die Rocket Launcher. Hast du recht. Hab ich nicht dran gedacht. Mach doch mal... Das gibt's auch, glaube ich, besser dich. Lass mich mal wieder runter, wer mich da hat. Please. Vielleicht ist Kim, die noch um Munition gebeten hat. Hm? Kim, die um Waffen gebeten hat. Ich habe noch... Ach so. Ein Kumpelbogen. Wer ist das denn? Ach, ich habe die Backspace. Das ist iBot. Du kannst ja auch mal hier... Ich tue dir mal Panzerfaust-Munition in eine Panzerfaust rein. Kannst auch mal mitballern. Was ist denn der Schuss denn hin? Kim, wo bist du denn? Hast du schon was gegeben? Die Waffe hat... Kim ist gerade wieder gestorben. Oh. Weil das Chaos, Leute, ey. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, ganz kurz eine Sekunde steht. Kim, wenn du mich siehst oder sowas, komme ich zu mir. Oder sag mir, wo du bist, da komme ich zu dir. Aber wir haben es gleich geschafft. Ja? Okay. Ähm, hier, guck mal. Ähm, weg da. Ähm, komm mit. Lauf da weg. Da kommt die... Die böse... Die böse Spinne. Geh weg da. Komm mit. Komm. Mit, lauf weg. Lande kurz. Oh Gott. Ich bin gerade gestorben. Ich bin ja nicht, ähm, ich habe gerade gesehen, ich bin gar nicht unbesiegbar, ich bin einfach nur unsichtbar gerade gewesen, deswegen hat die mich nicht gesehen die ganze Zeit. Wir machen mal Folgendes. Ich habe eine gute Idee, Leute. Oh Gott. Ich werde... Ich habe nur gute Ideen, ja? Na klar. Wir... Kommen die gleich nach den Superschlechten? Die kommen... Die gibt's nicht. So. Ich werde mir jetzt hier nochmal spawnen. Giga. So. Ich... Spawnen. So. Äh, wie weiß jemand, wie die Lanze heißt? Lanz. Ja. Oh. Okay. Dann erst, du wirst jetzt in den Nahkampf gehen? Ja, ja sicher. Das, äh, hallo. Ich habe die Lanze gar nicht gehört, dingst. Warum geht das nicht? Ah, doch. Geht. So, Leute. Äh. Ich. Werde mich opfern. Nein. Was heißt opfern? Ich werde das jetzt hier eiskalt. So sehe ich aus. Der Ritter. Jetzt kommt der Ritter der Kokosnuss. Meine Güte. Robinson Juniors unterwegs. Da hab ich den scheiß Leveling genommen, dass das Ding so langsam ist. Mmh. Schleck, schleck. Schleck, schleck. Noobie zockt. Dankeschön. Hi Dex. Hi Noobie. Ich werde jetzt die Spinne alleine killen, weil die kriegen das nicht auf die Reihe. Deswegen mache ich das mal. Weißt du. Der spawnt hier ein 500.000 Monster und wir kriegen das nicht auf die Reihe. Wir kriegen das nicht hin. Wo ist man mal stehen, den. Hier ist nämlich noch ein. Das ist ein Alpha. Das haben wir schon mal gar nicht. Das war die Generalprobe. Die ist natürlich super gelungen gerade. Das habt ihr ja gesehen, dass ich. Ich hab irgendwie glaube ich den. Die Brutmutter verpasst. Irgendwo müsst ihr hier noch sein. Juhu. Attila 010. Hallo. Wo seid ihr? Wo sind die denn? Stone spawnen mich mal ganz kurz zu dir. Ich bin glaube ich falsch geritten. Zieh mich mal zu dir rüber. Ja und einen Moment. Der ist am Bauen. Er will seine Ruhe haben. Nö, nö, nö. Ich muss halt das Ding immer wieder aufrufen. Ach war zu stark. Wir haben es ja nun schon fast. Ich komme. Ich werde das schon schaffen. Ich muss nur rufen. Schein reicht. Ich bin Gandalf. Fast. Gandalf der Grüne. Und komme auf meinem. Weißen Ross. Ach wirklich. Nein, das war ein Scherz. Wo seid ihr denn verdammt nochmal? Ich hätte dir jetzt voll zu getraut, dass du einfach auf dem Einhorn hier angeritten kommst. Gute auch. Wo seid ihr denn verdammt eine Scheiße hier? Ey, wo seid denn ihr? Wo ist die wilde Spinne? Das ist in die falsche Richtung gebraucht. Dann siehst du uns. Die Zahlen habe ich nicht an, aber die sehe da nichts von. Ach ja, mach's an. Ich muss mal mal... Und der Chor. Chor geht nach Tanken am Haus oder so. Das sieht aus wie ein Pitstop. Wo ist denn diese scheiß Spinne? Dampenhacke, wo sind die denn? Oh, das Chor hier sieht echt nicht gut aus. Irgendjemand hängt da in der Spinne drin. Chor, bring... Bring ich mal in den Kampf. Wo muss ich hin? Die Spinne ist so klein. Das sieht man nicht. Mhm. Ja, da hinten sehe ich die kämpfen. Da, ja. Okay. Alter, Tack! Ich hoffe, ich überlebe das. Das ist ein Horn. Ich gebe dem Einhorn... Der letzte Versuch. 0,0000% Chance. Ah, Tacke! Und tot. Das war aber echt schnell. Boah, die 624 ist die, ey. Du blöds, Vieh. Ja, Mann, ey. Was kann ich denn sonst noch spawnen? Was machen wir jetzt hier? Was gibt's denn noch für... Ey, jetzt haben wir's gleich geschafft, Dex. Ja, ich will aber auch hier... So. Weg! Boah, 92 Schaden macht der. Ja. Ah, da wer schießt mit Fallen auf mich. Ihr Schweinehund, der hat sich auf mich schießen. Boah, der hat keine Power mehr. Das war ja... Das war ja ein Spurt. Ich muss ganz kurz warten. So. Weg, geht, weg, geht, weg. Ich komm... Ich komm jetzt. Boah, der arme Bronto. Habt ihr das gesehen, wie der den Bronto auseinandergenommen hat? Oh, Mann. Das war... Die ist zu stark. Ich schaff das nicht mit dem... Mit dem... Was war das hier? Level... 24er, glaub ich. 43. Oder so, ja. Ähm, Stone? Bist du gerade da? Ich muss halt warten, bis du lebst. Sonst kann ich dich nicht vororten. Deswegen muss ich Bescheid sagen. Mach das. Such mit der da. Ah, den Namen sehe ich. Pass auf. Okay. Ich hab ne... Ich hab ne andere Idee, Leute. Wir... Ich mach das so. Kann ich das gar nicht? Ah, kann man nicht. Hm. Guck mal, die kämpfen. Übrigens, die anderen haben... Der Einzige, der hier cheatet wie so ein Schweinehund, das bin ich. Die anderen haben ganz normale Griffins. Nein, der Griff ist... Ich hab's ja gerade noch gesagt. Die haben zwar über... Überlevel, aber... Die können trotzdem sterben. Ich hab noch ne andere Idee. Ich könnte hier eigentlich auch eine... Tote so. Oh! Wir haben's geschafft. Kurz vorm Ende ist Kims Dingsbums Greif Dings gestorben. So. Loser, Spinner. Einen könnt ihr euch noch überlegen. Einen könnt ihr euch noch überlegen. Kein. Ich kann... Ich kann ja noch einen... Mein Griffin ist so gut wie tot, deswegen. Achso, ja. Das kann man ja lösen. Ich hab ja den Griffin Pitstop. Ich steig mal ab, dann mach ich Griffin Pitstop. Dein Griffin ist rot? Dann hat er nicht mal Blut drauf. Nein, überhaupt nicht. So. Achso, so gut wie tot. Oh, das ging schnell. Danke. Ähm. Manticore. Oh, ein Manticore. Boah, das haben wir auch noch nie gehabt. Oder? Nee. Das ist es. Aber bitte nicht wieder 600, ja? Nee, wir machen nur... 499. Ähm. Manticore hard, easy, old. Ich weiß nicht, was old heißt. Vielleicht hat der einen weißen Bart. Das ist die alte Version. Juhu. Was heißt das? Es gibt ja... Es ist bevorhard. Brody Vegas, hallo. Aybot hat einen Vorschlag gemacht im Chat. Oh. Was denn? Machen wir ein Battle. Gezähmte Titanen gegen Gigawild. Können wir gerne machen. Ich will aber ganz kurz noch einen Manticore killen. Aber nicht so... Nicht so extrem. Wir machen mal einen kleineren. So. Achso. Ich habe übrigens das Level gar nicht gegeben, ne? Der Spinne. Doch, ich so. In Ordnung. Weil ich kann ja nur den getampten Tieren geben. Sonst kann ich das selber nicht eingeben. Nur wenn ich den Code dann ein bisschen bearbeite. Den ungetampten kannst du das Level geben. Ja, richtig. Ja. Achso, stimmt. Suchen wir das. Okay, dann war das doch meine Schuld. Wir machen aber mal einen Manticore. Aber auf Medium, okay? Oder Fahrt? Jetzt. Aber keinen fahren lassen. Hart. Nubi zockt direkt auf Hart. Juhu. Oh, da bei Herzen. Erklärbär. Hallihallo. Wir machen nochmal. Ich muss mal ganz kurz sagen, den Leuten ist immer aus meiner Nähe. Alle mal ganz kurz weg aus meiner Nähe. Oh, jetzt. So. Wie, alle wechseln zu schnell. Als ob ich einen fahren lassen hätte oder so. So. Eins. Zwei. Drei. Black. Oh, oh. Ja, Manticore. Crash das Spiel. Nee, doch nicht. Alter, ich hab noch nie Manticore gesehen, ey. Wir haben das auch nicht bei Scorch Earths noch niemals beschworen, das scheiß Ding hier. Krass, das Ding fliegt, ey. Das frisst euch auf. Ich hab nur 200 gemacht, Level. Müsst du doch. Aber doch, vom Level geht das schon ziemlich runter. Krass, ey. Wie, der fliegt, ey. Voll wütend, voll wütend, der. Ich glaub, ich sollte mir mal, ähm, empfinde ich das jetzt machen, mal ganz kurz so. Aber ich mach mal wieder das hier an, damit man sieht, was hier gerade abgeht für Schaden. Ah, sonst, ja, kriegt man eigentlich ganz gut nieder. Oh, hat jemand mit der Panzerfaust geschossen? Ja, bumm, gut getroffen. Was schießt denn hier? Ah, da. Drei Worte bestimmt. Das ist gut. Okay. Ich hab mich zu viel gefreut. Nicht leicht. Nicht leicht. 100 hart, warum tu mal? Ich hab 200 hart gemacht. 200. Wenn dann schon, richtig. Juhu. War es blatt. Hallihallo. Heute, äh, Dummheiten im Stream. Wir machen gerade mal ein paar Bossfights. Und dann nachher, ähm, was hat der, was war das noch im Chat? Das war auch eine gute Idee. Titan gegen Gigawild. Titan gezähmt. Dann machen wir mal. Titan gezähmt. Okay. Aber ich glaub, der, der Titan ist zu stark. Gezähmt nicht. Achtung, gezähmt nicht. Nicht mehr. Nur wild, glaub ich. Ja, das soll ein gezähmter Titan sein gegen Gigawild. Richtig. Schon geil, so manche kommen. Ist doch noch, komm mal gucken. Haben wir gesehen. Der Korre, der geht voll ab. Oh boy. Gefällt mir. Gefällt mir. Geil, der ist echt mal abgefahren. Ich will mir. Wir machen ja heute einfach jetzt gerade mal mit overpowered, äh, Tieren. Ich möchte mal gerne wissen, wie das wirklich auf hart. Ich weiß nicht, wie hoch das Level ist bei normalerweise so'n harten Dingsbums. Kommt auf den Schwierigkeitsgrad an. Ich helfe doch mit. Ich bin noch dabei. Aber wenn ich doch mithelfe, ist doch unfair. Ja, ich bin noch grad Infinity-Stats, das bringt doch nichts. Ich kann mir... Der trifft uns sowieso nicht. Weil der hat viel zu großen Wendekreis. Ne, trifft der nicht. Also, jedenfalls, ich krieg keinen Schaden. Okay. Die ganze Zeit brauchst du eigentlich nur hier stehen und boah. Guck mal, der iPod läuft da unten drunter einfach gemütlich. Der, der Chor kommt immer von oben runter gedüst. Ich auch. Aber das ist tot. Kommt, noch zweimal schlagen, komm. Zweieinhalbmal schlagen. Bäm, boah, wieder abgestürzt ist. Das wird nicht mal Tico. Boah, geile Muckehütte. Alter Schwede, geil. Oh. Das hab ich ja noch gar nicht gehabt, aber das wollte ich jetzt gar nicht so bekommen. Das war jetzt natürlich doof. Naja. So wollte ich das aber nicht. Böse. Nein, 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 ich zieh, nicht zieh, nicht zieh, nicht zieh, nicht zieh, nicht zieh. Sorry. Ey, kommst du mal runter? Geh runter. Ich kann nicht runter, ich hänge in dir fest. Nein, ich wollte doch gerade ein Foto machen, Mensch. Nein, goh. Krasse Scheiße. Aber habt ihr das nochmal gerade am Ende gesehen? Der ist abgestürzt. Ist erst mal richtig cool abgestürzt, ist richtig schön gepurzelt. Und dann hat der Eimer nochmal aufgebäumt und ist dann gestorben. Selber schuld. Okay, dann machen wir mal ganz kurz, wirklich als letztes Dingens, wo man es hier noch einmal den... Titan. Titan. Das ist unser Server. Nubi, das ist einfach unser Server. Also gesehen... Deswegen machen wir auch so viel Blödsinn. Das ist unser Server, ja genau. Ja, Nubi, ich will hoffen, dass ich mal irgendwann auf die 100.000 zugehe. Aber wir sind noch von weit entfernt. Das gibt aber bald, 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 bald. Also wir machen jetzt mal ganz kurz ein Titano, ja? Getamed. Ich weiß aber jetzt gerade leider nicht, wie ich das Level... Müssen wir gleich mal gucken. Machen wir erstmal... Irgendjemand steht neben mir. Müssen wir mal aufpassen, weil ich jetzt gerade einen Titanospaar, ne? So. So. Welches Level hat der? Ähm... Level... Siehst nicht so? Sechs. Okay. Pass auf, machen wir mal einen richtigen. Mach ich den mal ganz kurz weg? Komm. Ähm, ähm, mal runtergehen. Ach, ich muss jetzt gerade stehen. Manche Kollegen, das sieht ja well aus. Ich wusste gar nicht, dass es dafür andere Klamotten gibt. So. Ich mach mal jetzt mal einen richtigen Titano. Ah, wie kann man denn den Code ändern? Ähm, lass noch ungezähmt und Taim ihn einfach mit, äh, Taim's Target. Oder das. Achso. Ja, könnte ich auch so machen. Ach, diese blöde Schätze. Ähm. Was soll ich denn für ein Level nehmen? 120 reicht? 150? Ich glaube doch, haben wir welches Level du den, äh, Giga machen willst. Das Doppelte kriegen sie immer dazu. Uh, circa. Wenn sie dann noch taimst. Machen wir 100, so, so, ne, 100 oder Dreh, so. Der Titanwiedel mit seinem Schatz in meinem Kopf. Das war echt gerade... Okay. ich wollte ja gerade eigentlich löschen das problem war da war gerade jemand drauf ich weiß nicht ob er mit gelöscht wird keine ahnung deswegen eigentlich wird nur das tier gelöscht so läuft eigentlich unser titan ohne irgendwie irgendeinen grund er ist halt gut gut wie kommt man hier am besten runter ohne sich die beine zu brechen gar nicht pass auf ich mach mal ganz so ein titanusattel titan plattform sattel so ok titan und plattform sattel ist druck und jetzt müssen wir müssen noch steuern noch schnell irgendwie kämpfen mit dem oder einfach auf neutral oder auf aggressiv ich glaube ich nehme jetzt gleich zu kämpfen da bin ich gespannt ich brauche mal ein welches level soll denn unser gehören also das gleiche runde wieder titan ja gut ich auch sagen damit es ausgeglichen ist ok dann spaw ich den ein bisschen weiter weg und einen lenkt den aber hier gerade wie nur wie guck mal gibt mal bei es ist schon spät hast du die maps runtergeladen das ist ja die frage auto realms ist die map übrigens du müsstest bei steam oben in dem reiter anzeige und dann auf server gehen und bei server diese ip 1 1 dazufügen als favoriten und dann kannst du automatisch dann im spiel als favoriten den server finden hoffentlich habe ich das gut erklärt so war man die da achtung haltet euch bereit giga pittikos giga steuer darf es aber nicht mehr im wisse besonnen nicht vergessen wenn du ihn steuer ist klar ist klar ist klar ihr könnt ihr doch genau auf neutral stellen oder wie will jemand den reiten wie ihr möchtet okay super perfekt giganotosaurus level so ist der klein des familie ne jetzt ist es auf rage eigentlich sollte lieber alleine kämpfen das wäre viel interessanter was er denn machen würde weil spieler greifen mit der höchsten besten attack an die es gibt greift der giga eigentlich an weiß ich gar nicht doch ja ich mach doch mal tausend das ist immer so voll 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 luchimäßig aus ne aber ich muss ganz ehrlich sagen der titan ist schon am bluten und der giga nicht der kann auch glaube ich nur schwanger nur stampfer ich glaube nämlich je nachdem wie du mit dem kopf drehst ändert auch den angst und sich aus alle weit weg hier zu stehen hat gestorben einfach können das auch gestorben man ist tot was plattform sattel heftig einfach gekillt die ausfliebte ist auch das in rage geil okay ich hab ja auch natürlich hier grad hyperteile das war kein schöner kam fand ich gerade nicht so toll komm mal ganz kurz nach hier du hast diese du hast die befehle besser als ich wir machen noch mal ein giga aber im kleineren und da machst du mal spons du mal keine ahnung 50 raptoren von uns das heißt nicht die sind sofort tot meinst du hast ja so gut wie kein leben ja das stimmt ich auch aber so eine masse oder oder die kriegen schließlich noch ein bach wenn sie mindestens zu dritt sind oder sowas oder 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 keine ahnung 700 mega lanias oder vielleicht vielleicht auch gezähmt alles weiß ich nicht drei vier fünf stück und die jüdiger müssten sie ja eigentlich rein theoretisch eventuell schaffen wenn der jüdiger noch selber so gut ja dodos 500 du ist immer zu wenig da müssen schon mindestens 10 10.000 seite sie überhaupt irgendwas machen da beißt der jüdiger einmal und dann ist alles tot nee nee ja aber nur da wo er hinbeißt aber die anderen dodos greifen ja weiter an dass sie so klein sind können sie sich in die füße fahren und dann stirbt er langsam und qualvoll das passwort ist dexo 23 aber wir sind ja jetzt schon am ende das kann ich denn sonst noch spawnen ist eigentlich nichts mehr da oder ich finde das lustig jetzt so 3a los und juju gegen gegen man kann die irgendwie man kann mehrere tiere auf einmal spawnen wie macht man das denn das kann man das sind aber nur wilde tiere dann ach so gezähmt geht das nicht wir müssen alle per hand zähmen ok dann machen wir was anders was auf dem machen wir erstmal allos oder jujus machen wir erstmal allos allos ja vielleicht noch ein diodon oh nee das wird der mies ein hallo das ist ein zweiter dabei man müsste einmal einen pfeifen oh das ist aber schön hallo ich bin jetzt hier scheiß scheiß cheap fucking fensters ich weiß nicht welches level die alles gerade haben 90 18 12 60 66 24 kann ich das kann ich gar nicht auch wohl kann ich wohl ja aber nicht hier in dem chat habe ich das gerade hier nicht angeschossen ich kann doch nicht das hast du glück gehabt ich kann diesen weiß nicht wie der andere befehl ist keine ahnung muss ja aber alle per hand machen und dann einfach ja wenn ich das die konsole öffnen habe ich da keinen da steht einfach nur alu charakter bpc ja du musst ihn auch ohne zähmen machen ach so wieder mit dem mist giga gegen boss das haben wir auch noch nicht versucht haben wir eigentlich irgendwo vernünftigen dabei ach komm wir lassen hier mal ganz los kämpfen gegen 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 weiß nicht was ich mach mal einfach was klein ist jetzt hierhin giga ist so heftig finde ich was kann man denn sonst noch was gibt es denn sonst noch großes das kannst du mal versuchen text das deck das ist nicht das so macht das dann müsste es funktionieren so noch mal noch mal so so was sie es geht nicht geht nicht ich glaube irgendwas falsch drin ja ich guck gleich noch mal irgendwie da 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 anzuschauen sekunde oh ging es um bronto ja warte wir können ja ich mal diese ganzen durchsicht aber bronto ist zu schwach vielleicht vielleicht musst du auch nur alu nehmen und nicht alosaurus sekunde ich mach was willst du haben alosaurus ja eigentlich wollte ich jetzt ein paar alosaurus ein bisschen vom level ein bisschen höher habe aber ich habe jetzt gerade einfach so muschies hier gespawnt gar nichts vernünftiges ne 90er ist aber sekunde meine freunde der sonne ich gebe dir jetzt den code was machst du denn da eigentlich da hinten alleine komm doch mal mit kämpfen das sagt gerade der richtige hier hast du den code ey ich kämpfe ja nicht mit weil das ist doch doof wenn ich jetzt auf level 240 ist er wenn ich ja mitkämpfe sieht das immer so doof aus wenn ich da als im finish des sets rum zu hempeln hast gehört ex ja ja das gleich habe ich auch gemacht bloß na gut du hättest nur alu nehmen ist nicht alosaurus mhm da habe ich mich getäuscht da habe ich mich getäuscht da ist halt nur alu naja geht nicht ne geht auch nicht ach komm wir machen jetzt mal nur ohne F da vorne achso mitgeführt ah 30s admin sheet komm boah 360 alter wieso tut man die ganzen luschen entfernt ist egal die können ja mitkämpfen naja gut ok die ganzen luschen ja die ganzen luschen zusammen mit zenna wie viel brauchen wir denn eigentlich ich denke mal das reicht ne ok 100 stück cool meinst du oh nein die folgen mir weg lass mir den cool wer hätte erst gedacht ok ein giga ist glaube ich zu schwach dafür äh nicht zu schwach zu stark immer noch können wir noch mal ich würde aber was größeres nehmen äh was weiß ich größer was was auch eine andere fläche für die ganzen alles hat das wäre bronte sofort tot was haben wir denn noch hatte immer noch eine idee recht hohen bronte nehmen komm mal versuchen mit seinem schweifschlag schmeißt er die alles eventuell auch wieder zurück wir können ja mal versuchen ich mach mal hier so ein bronte hin so bösen bronte 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 finde ich gar nicht so bronte gibt es denn sonst noch bronte saures ah da hab ich was gutes ich mach mal vom level auf was großes ok 400 reicht das wenn er schon gezähmt ist oder nochmal gezähmt wird dann ne ne ist nicht gezähmt kann man hier keine bones machen glaub nicht ne das ist äh sie sind da übrigens oh schade dann mach ich den doch was größer so so ein 500 so so ok 489 ok alpharex wär auch nicht schlecht gewesen boah halt mir hier abgehen guck dir's mal an boah was du spritzt oh god guck mal an der arme bronte ey aua boah sieht der als blutspritzen mhm ja das sind ja boah der hat mir auch einige gegeben alter verwalter aber das war's krass das war eigentlich krass ok machen wir's anders der war zu schwach der war zu schwach jetzt will ich nochmal ein bronte komm level 1000 oh ich bin ja schon weg hier läuft noch eine spinne rum übrigens von der von der brutmutter lustig der warum ich war nicht meine nähe halt der hat mir eine komische 폭 trend starbaut du bist dauerluft ist echt groß oh 3 hat es noch tot 4 boah der 11 24 nehmst du schon wieder ja 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 26 36 nächster allos tot die alos mehr weniger gibt doch die kleinen allos so gegründet von Ja, Bronto blutet schon wieder. Dankeschön, kannst du auch den Einfach-Kim-Dreck mit Spawn cheaten. Mit der 3-Alos-Tot? Einfach-Kim? Ja. Und tot. Bronto. Der Bronto ist tot? Ja, vielleicht solltest du doch ein Giga nehmen. Okay. Ich könnte ja nochmal ein Alpha-Rex nehmen, wie der Tuomars hat. Ja, das wäre ein Alpha-Rex. Ein Alpha-Rex wäre ganz cool, ne? Wollen wir uns kurz nicht. Ich gebe mir gerade noch den Sack das Wetter hier. So. Ah, es ist neblig gerade. Es ist nämlich gerade alles bei mir ein bisschen verpixelt. Neblig? Echt? Bei mir ist alles klar. Alles klar? Alles klar. Aber jetzt sind die natürlich ziemlich angefressen, die. Macht ja nichts. Ich warte mal kurz. Wie sieht es eigentlich aus? Bin ich ziemlich im Versatz mit dem Video? Nö, geht eigentlich. Alle meine Sicherheit. Ich mache mal ganz kurz ein Alpha-Rex. Oh ja, ich bin in der Luft. Ja, du ja. Die anderen merken es das ja erstmal drei Sekunden oder zehn Sekunden später. Da folgt, da wird ein... Wieso bin ich denn gestorben? Ich war doch Infinix. Das verstehe ich gar nicht, ey. Ein Alpha-Moser. Infinix ist jetzt, rettet sich davor nicht. Vor so einem Schlag? Ja. Wenn der Schlag mehr macht, als du Leben hast, dann kann das ja nicht regenerieren. Das heißt, du musst Gottmund anhaben, um den Leben zu verlieren. Ja. Ähm. Ich mache mal ein Tuse Toil, das ist okay? Ja, schau dir das direkt an Land. Ach, ehrlich. Ich würde das echt machen. Ihr seid so schnell. Man kann doch nicht mal sagen, das war ein Witz oder sowas. Zack, haben sie es gesagt. Aber okay. Wir machen jetzt mal... Haben sie gesagt, haben sie gesagt. Was machen wir denn, Level... Alpha braucht gar nicht so hoch, ne? 300 reicht, oder? Ich denke schon. Hier ist irgendwas Grünes neben mir. Der sollte, glaube ich, lieber schnell... Ja, was Grünes und was Rotes. Die sollten ganz, ganz schnell weg. Dodorex. Ich glaube, wir brauchen mal eine Mod, glaube ich, derzeit. Lauft um euer Leben. Ähm. Flüchtet. Fliegt weg. Ciao, ciao. Bis dann, Iboot. Nein, Quatsch, Mandori. So. Na, oh, bleib bitte. Pandori, gute Nacht. So, noch der letzte Alpha Rex. Jetzt aber. Oh, ich hab schon gepfiffen. Boah, ist das schnell. Wie die alle nur auf den zugehen. Aber die sind ja schon fast rot. A2, 90. Aber denk dran, die machen die Kampsch. Was ist denn für ein Scheiß-Wetter hier? Ah, der Alpha Rex-Wolf-Low-Gewinn. Ja. Ja, die waren aber auch schon alle angeschlagen, finde ich. Fällt er sich auch wieder hoch. Greif an. Habe ich schon befohlen. Pfeif ruhig mal. Ich mach mal ein paar mehr. Ja, ja, ich mach. Na, das reicht aber. Tot. Er ist tot. Oh, schon tot. Okay, wir haben unsere Alus noch. Weg, 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 weg. Von mir, ich will euch nicht. Ich will keine Babys. Ich nehm sie alle mit. Mann, das Wetter ist so kacke. Jo, ich hab mal Horde. Dann machen wir mal. Machen wir folgendes. Ja. Okay, alle weg. Ey, wer klaut hier meine Babys? Okay, Achtung, es kommt hier was. Warte, jetzt. Ich hab mal drei Alpha-Kanus gespawnt. Mhm. Boah, man erzieht's aber auch nur Zahlen, ne? So ziemlich, ja. Alles noch mal wieder. Er ist tot. Boah. Schon heftig, ne? Der Kanu-Tau ist aber auch schon heftig vom Level. Kacke. 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 Aber wie stark, ne? Aber wie stark, ne? Die Kanus sind. Aber okay, ich hab jetzt auch mal vom Level schon ziemlich hoch gespawnt. Was, der heftig. Die haben den Alpha-Rex aber ganz schnell gekillt, ne? Die Kanu-Tau ist totgleich, der letzte. Hat überhaupt irgendeinen Kanu überlebt? Nö. Ja, sind alle drei noch da. Aber ich meine, ähm, krass. Ach, wo man's kurz... Ich hab mal ganz los gefriest. Das gibt's ja gar nicht, ey. Oh Gott. Ja, das lag. Das ist kein lag. Das ist, äh, ich hab gefriest. Aber ich krieg das nicht gelöscht, den Scheißer hier. Hoch. Was hast du denn für einen benutzt? Kost. Lohme? Ne, ich hab einfach nur gefriest. Aber das ging grad nicht. Ah, jetzt funktioniert's wieder. Ah. Und dann, äh... Was können wir eigentlich für uns nochmal da... Ah. Oh, ich hab die gekriegt. Krass. Drei. Drei. Alle tot. Boah, irgendwie geht der Regen gar nicht auf. Aber wir machen ja Schluss, Leute, für heute. Wir machen ja Schluss, für heute. So, kommst du noch mal zu uns? Äh, ja, Sekunde. Was machst du denn die ganze Zeit? So, komm. Du baust. Auf uns selber, den wir jetzt wieder runterfahren, oder was? Hier, Dex, guck mal, schenke ich dir. Wo bist du denn? Wo hast denn den her? Auch voll nun konzentrient. Einfach so unterwegs. So. So. Sag mal, warum ist denn das bei mir so nie... Niesig... Niesig... Neblig bei mir. Was ist denn nur los mit dem Bitter? Hä? Okay. Komm, noch mal einmal ein Gruppfoto schnell. Kim, Kim ist es bei mir. Ach so. Soll noch einmal rüberlaufen. Ach, schade, das geht nicht. Aha, kommt mal mit. Ist aber Schluss, heute. Schluss für heute. Was hast du denn da gebaut, ey? Der hat auch nichts anderes zu tun. Nein, nicht mal mitnehmen. So. Jetzt komm ich nicht mehr raus, oder? Ah. Ah. Okay. So, Leutschen. Das war's für heute. Kannst du dich ja da vorne hinstellen, um die Spitze. Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr hier rüber springen. Ich kann hier nicht über diese Kanten springen. Komm ich nicht drüber. Steig irgendwo auf und steig wieder ab. Er wollte gerade sagen. Der Dex das doch immer so kompliziert machen muss. Die wird immer irgendwo runtergeschmissen, ihr Schweinehunde. Immer getragen und gezogen und gemacht. Warum, die sind doch voll nett, die tragen dich doch immer noch. Das ist immer was. Otto! Die machen doch gerade. Okay, Leute. Das war's heute. Chaos Stream total. Ähm. Aber. War lustig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir gefallen. Ich muss mal ganz kurz meinen, meinen Stream ganz kurz nochmal aktualisieren. Leute, kurz. So. Ähm. Nächste Woche wieder ganz normale Stream. Ohne Maast dos. Ohne Voyager. しい Flätsch. Nächste Woche wieder. Das war gleich so ziemlich agata, dass der oder auch da ist. Ohne Ohne von der Ecke. Im zu super. Ohne von der Existige coach gaires więcej Zeit. ohne freezer hub MORE. dop support gprised warmm. zack war ich einfach trotzdem ganz lustig fand ich. Ich hab keine Ahnung, was machst du denn? Hinter dir, da ist jemand dazugekommen. Der Human Nubi zockt so grad erst. Ach grad erst gejoint oder was? Jaja. Dafür kriegst du das erstmal. Auf die letzte Sekunde schaffst du es wirklich rein zu kommen, das gibt es ja nicht. Jetzt machen wir grad Schluss. Dafür kriegst du jetzt erstmal eine Faust in die Fresse. Und du auch. Das sieht ganz anders aus als eine... Wie im Stream meinst du? Oder wo? Naja, aus meiner Perspektive sah es ein bisschen anders aus. Also Kim sieht einfach brutal hässlich aus. Und dann Leute beschweren sich immer, dass ich hässlich bin. Guck dir das mal an. Ey, das war ein Schneeball. Mach das mal nochmal. Also... Noch ein Schneeball! Schneeball, nicht winken! Ähm... Wer, äh... Ach egal. Lassen wir es einfach. Ist grad ein bisschen schade. Jetzt ist grade online gekommen und jetzt machen wir Schluss. Aber für heute ist wirklich Schluss. Wir haben schon nach 1 Uhr und es ist... Schon wieder zu spät. Leute, das war's. Ähm... Ich will jetzt... Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn ihr... Nur hier bei Twitch dabei gewesen seid, dann könnt ihr auch gerne mal unten in meinem Kanal, YouTube-Kanal gehen. Da geht's ja ab wie bei Schmitz Katze. Und, ähm... Wie geht's denn eigentlich ab wie bei Schmitz Katze? Das weiß ja geiler. Keine Ahnung. Hm. Okay. Und, äh... Ich find's lustig, dass ihr alle dabei gewesen seid. Und... Tschüssi, tschüss! Und bis zum nächsten Mal. Ich wollte doch grad winken, Mensch. So. Oh, richtig schön synchron grad. Ciao, ciao! Ciao, ciao!